Mit der Einführung des Steam Decks hat Valve bewiesen, dass Gaming auf Linux kein entfernter Traum mehr ist. Wenn das Steam Deck erfolgreich werden sollte, wird es höchstwahrscheinlich einen großen Ruck durch die Gaming Community geben, denn dann sind Gamer nicht mehr auf Windows angewiesen. Zu ihren passenden Gaming Rigs, wie zum Beispiel hier dieser ASOS ROG oder auch HP Omen, bedarf es natürlich auch ein leistungsstarkes und optisch ansprechendes Betriebssystem. Und ein solches schauen wir uns heute an. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntags, Zeit für SonntagsOS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute schauen wir uns Garud Linux an. Garud Linux ist ein Gaming Linux, also mit der großen Zielgruppe Gamer. Doch zuvor noch schnell das Offensichtliche. Hier steht ja Garuda Linux und ich habe Garud Linux gesagt, bevor wieder der Erste seine Beschwerde über meine Aussprache in die Kommentare hämmert. Hier noch einmal kurz den Entwickler Naman angefragt. Und dieser hat erklärt, dass Garud tatsächlich aus dem Sanskrit, aus dem Sanskrit kommt, also aus dem Hindi und quasi so viel wie Adler bedeutet. Ja, das ist also dieses Sanskrit Wort für Adler. Und es wird folgendermaßen ausgesprochen. Garud. So, wie dem auch sei, es wird Garuda geschrieben. Es ist der Adler, wird aber Garud ausgesprochen. So, und damit haben wir es quasi auch schwarz auf weiß oder direkt weiß auf dunkelblau. Direkt vom, ja, Entwickler höchstpersönlich von Naman Gag. So, dann gehen wir mal auf die Webseite. Und hier haben wir nämlich auch schon einen Garud abgebildet, also einen Adler, der hier im Prinzip auch das Logo bildet. Wenn ich hier auf Download gehe, dann werden hier auch gleich zu Beginn ein paar Minimalvoraussetzungen angegeben. Zum Beispiel den Gesamtspeicher, RAM-Speicher und welche Grafikkarte oder welche Leistung die Grafikkarte denn benötigt. Dann wird hier noch ein bisschen die Installationsprozedur beschrieben. Ich glaube, man kann das Ganze hier auch auf Deutsch auswählen. Dann wird das Ganze durch ein Übersetzungsprogramm gejagt und dann kann man hier das Ganze auch nochmal durchlesen. So, hier steht auch ganz klar in den Empfehlungen drin, dass das Booten von Garud Linux nicht als Dualboot zu empfehlen ist, da es mit dem Bootloader zu Schwierigkeiten kommen kann. Und des Weiteren ist die Installation in virtuellen Maschinen ebenfalls nicht empfohlen, da es zu Problemen bei der Performance kommen kann. Und das muss ich sagen, ist mir auch bei anderen Linux-Youtubern aufgefallen, auch im englischsprachigen Raum. Die haben das Garud Linux auf ihre virtuelle Maschine installiert und haben sich dann ein bisschen über die Performance oder über Darstellungsfehler beschwert und haben das Ganze als Bugs quasi gesehen. Das sehe ich nicht so, denn hier wird ganz klar darauf hingewiesen, dass eben die Installation auf einer virtuellen Maschine nicht zu empfehlen ist. Und mit diesem Hintergrund werden wir uns jetzt einfach auch damit abfinden. Ich werde das Ganze jetzt gleich in eine virtuelle Maschine installieren. Und falls es da zu Fehlern kommt, wissen wir, liegt es nicht am Betriebssystem, sondern es liegt einfach an der virtuellen Maschine. So, eingelegt und gestartet werden wir hier mit diesem tollen Grub-Menü begrüßt und haben jetzt hier die Möglichkeit, mal die Uhrzeit zum Beispiel, also die Zeitzone einzustellen. Ich sage, ich bin in Berlin, habe eine deutsche Tastatur und die Sprache soll ebenfalls deutsch sein und zwar in Deutschland. Und jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, entweder mit Open Source Treibern das Ganze zu starten oder schon mit vorgefertigten, properitären Treibern von Nvidia. Ja, da ich eine AMD Grafikkarte eingebaut habe, also ATI im Radeon, da genügen mir die Open Source Treiber. Und hier sind wir auch im Willkommensbildschirm von Garut Linux und werde jetzt hier einfach mal auf Installation klicken und dann bekommen wir hier das Installationsprogramm. Ich gehe auf Weiter, wir sind in Europa, jawohl, Weiter. Hier wird mir jetzt meine Tastatur angezeigt, allerdings habe ich diese Tastatur, da ich hier oben nämlich auch noch Tasten habe, No Dead Keys, dann einmal weiter. Und hier in dem Falle, und klicke hier auf Festplatte löschen und kein Swap, denn den Ruhezustand möchte ich nicht haben, deswegen brauche ich hier jetzt keine separate Swap Partition. So, einmal weiter und dann können wir auch schon loslegen mit der Eingabe, so Name des Computers und das schwere, sichere Passwort für den Benutzertyp. So, hier nochmal eine Zusammenfassung und dann geht es auch schon los. Hier werde ich nochmal gewarnt, dass ich diesen Vorgang nicht mehr rückgängig machen kann. Falls also irgendetwas Wichtiges auf der Festplatte zu finden ist, wird das Ganze jetzt überschrieben. Ja, dann warten wir mal, bis die Installation durch ist. So, nach der Installation, nach Beendigung der Installation, habe ich jetzt die Maschine einfach neu gestartet. Ich konnte während der Installation oder im Installationsprozess, konnte ich die Bildschirmauflösung nicht ändern. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, die Bildschirmauflösung auf Full HD zu ändern, ist er immer wieder zurückgesprungen auf dieses 800x600 Auflösung. So, die Lösung ist folgendermaßen, falls du auch das Problem hast, einfach in deiner virtuellen Maschine den Videotreiber, der steht standardgemäß auf QXL, einfach auf virt.io umschalten, anwenden und die virtuelle Maschine nochmal neu starten. Und dann lässt sich die Auflösung auch auf Full HD ändern. Gut, so, nach dem Start, nach dem ersten Start, werden wir begrüßt mit diesem Hinweis. Willkommen bei Garot Linux. Leider nur auf Englisch, allerdings sollte der Rest aber auf Deutsch sein. Ja, sieht erstmal soweit alles deutsch aus, aber diese Willkommensanzeige ist leider nur auf Englisch. Möchten Sie einen Start, einen Setup-Assistenten starten, um die Installation abzuschließen? Und das machen wir doch mal. So, das System aktualisieren. Jawohl, da sagen wir einmal Ja. Dann hier das Passwort eingeben und schon werden die, ja, Installationspakete abgefragt. Hier sehen wir auch die Repositories, das ist das Core, Extra, Community und Multilip. Das sind so diese Standard-Repository bei Arch. Und dann ist noch zusätzlich Chaotic-AUR. Das ist quasi ein Arch-User-Repository. Allerdings nochmal ein spezielles, nämlich das Chaotic. Und in dem Chaotic Arch-User-Repository sind zum Beispiel die Garot-eigenen Anwendungen, wie zum Beispiel der Garot-Updater, drin. So, so wie es aussieht, hat das Ganze auch erfolgreich stattgefunden. Ah ja, da möchte ich jetzt wissen, ob die Installation fortgesetzt werden soll. Da sage ich einmal Ja. Das sind jetzt, ja, 1 Gigabyte, was er jetzt an Daten herunterlädt. Und, ja, die Installation selber wird nachher knapp 3,5 Gigabyte verbrauchen. Gut, dann sagen wir mal Ja und warten einfach mal ab. Und weiter geht's mit dem Setup-Assistenten. So möchten sie den, ja, Post-Installation-Wizard starten. Ja, dann machen wir das mal. Ich bin ja mal sehr gespannt, was er mich denn hier fragt. So, nutzen sie einen Drucker, Scanner und Samba-Support. Ich nehme mal an, hier werden dann im Hintergrund dann einfach automatisch zum Beispiel die Caps-Treiber und der HP-Lib-Treiber installiert, sowie Samba-Support. Sagen wir einfach mal Ja. Möchtest du weitere Garot-Wallpaper, also Hintergrundbilder installieren? Ja, aber natürlich. So, möchtest du mehrere weitere KDE-Komponenten und Zubehör installieren? Aber immerher damit. Und hier kommen wir jetzt noch zu den Sprachen, so wie es aussieht, beziehungsweise zu, ja, zu speziellen Fonts. Hier sehe ich Thai, Chinesisch, Koreanisch, Vietnamesisch. Das brauche ich alles nicht. Da lasse ich den Haken einfach raus und sage, okay. So, welche zusätzliche Software möchte ich denn haben? Die Gnome brauchen wir nicht. App-Image-Launcher ist immer gut. Das Octopi oder Parmak ist auch okay. Das nehmen wir. Das ist im Prinzip das Software-Center für Arch Linux. Das ziehe ich tatsächlich dem Octopi ein bisschen vor. Der ist besser zu handeln. Das ist aber eher, ja, Ansichtssache. Dann gibt es noch das Discover-Center. Das kann man auf jeden Fall mit installieren. Discover ist das Software-Center für KDE-Plasma. Mir reicht der Parmak allerdings aus. Und, ja, machen wir mal weiter. Okay, so, dann habe ich hier jetzt die Möglichkeit, noch einen zusätzlichen Kernel zu installieren. Einmal den Linux-LTS-Kernel, den Long-Term-Support-Kernel. Das ist quasi als Fail-Safe-Option, falls der aktuelle Zen-Kernel, da gucken wir gleich mal noch, falls der aktuelle Kernel Probleme macht, kann man dann einfach auf den LTS-Kernel umschalten und dann läuft das ganze System ein bisschen stabiler. Und Linux-Hardent, das ist dann mit erweiterten Sicherheitsmodulen. Das wollen wir jetzt aber alles mal nicht. So, welche Office-Suite möchte ich denn installiert haben? LibreOffice Fresh, Still und noch sämtliche andere. Der Unterschied zwischen Fresh und Still bei LibreOffice ist, dass Fresh wirklich das brandneueste immer ist und sehr häufig geupdatet wird, während der Still quasi eine etwas stabilere Version ist. So, ich installiere jetzt aber kein Office-Paket. Das nimmt mir jetzt einfach zu viel Platz weg. Hier ist aber auf jeden Fall zu empfehlen, sich eine Office-Bibliothek auszusuchen. Und was haben wir jetzt hier? Welchen Browser möchte ich denn standardgemäß nutzen? Einmal entweder FireDragon, das ist dieser Standard-Garut-Browser. Das ist, glaube ich, auch den, den wir hier unten schon sehen. ist ein Fork von LibreWolf und mit erweiternden KDE-Integrationen und Sicherheitsfeatures. Dann LibreWolf, das Original, dann Firefox, Firefox Extended, also der stabilere Firefox, der ESR und noch diverse andere. Ich sage jetzt einfach mal, ich möchte den Brave-Browser haben. Okay, so, was haben wir hier als E-Mail-Client angeboten? Den Thunderbird, K-Mail-Client, Giri ist quasi wie K-Mail, nur halt für Gnome, Evolution haben wir noch. Mensch, da ist ja die Qual der Wahl quasi. Ich sage einfach, ich möchte mal K-Mail haben. So, jetzt kommt noch Kommunikationssoftware, Telegram, Discord, dann NeoChat, Element, der Standard-Matrix-Client, Signal kann ich hier installieren, Zoom, Skype, Teams, also wirklich für jeden, was für alle dabei, alles, was man braucht. So, was haben wir hier noch? Internet-Software, Extreme-Download-Manager, das brauche ich jetzt alles nicht. Ein Bit-Torrent-Client wird hier angeboten. Dann Remina als Fernwartungssoftware, Faisela, Putty, Nitroshare und der J-Downloader, der ist ja wirklich schon sehr antik. Auch hier brauche ich jetzt erstmal nichts, aber schön, dass es angeboten wird. Audio-Software, da wird mir auch einiges angeboten. Dann der Strawberry-Player, Audacity, ist auch mit dabei, das ist die Musik-, ja, Audio-Bearbeitungssoftware eher. Dann Muse-Score, das ist für Notation. Dann eine Bitwig-Studio, das ist allerdings pro-peritär, wenn ich mich nicht irre, das ist auch kostenpflichtig. Hier sage ich jetzt aber, dass ich jetzt hier erstmal nichts brauche. Und dann haben wir als nächstes Video-Software, CadenLive, Dragon Video Player, den nehme ich mal, den will ich mal sehen. Dann habe ich hier OBS-Studio, OpenShot, VLC-Media-Player und so weiter. Ich glaube sogar, der M-Player sollte standardgemäß installiert sein. Da können wir ja gleich mal gucken. Ja, MPV, der MP-Video-Media-Player ist standardgemäß installiert. Wir nehmen Dragon einfach noch dazu. Und wir sind bei der Grafik, bei alles, womit man zeichnen kann. Das ist zum Beispiel Gimp mit dabei und Krita. Inkscape, Blender. Digicam und Darktable ist für Foto-Management und Foto-Bearbeitung. Das ist sehr zu empfehlen, die beiden. So, was haben wir? FreeCut, ein 3D-Cut-System und noch vieles mehr, BirdFont, ein Font-Editor. Ist ja wirklich extrem interessant, was hier so alles installiert ist. Ich sage einfach mal, okay, wir brauchen nichts weiter auswählen. So, Hypnotics ist eine App zum Fernsehen gucken, sage ich mal. Und dann haben wir hier noch sämtliche Multimedia-Software. Wie zum Beispiel Cody Entertainment. Dann ein Brennprogramm. Mehrere K3B, Brasero und XFBurn. Brauchen wir aber jetzt auch erstmal nichts. Dann welche Entwicklungssoftware möchtest du dann haben? Da gibt es zum Beispiel WimWim. Nehme ich auf jeden Fall schon mal mit, weil das möchte ich immer haben. So, Docker kann man installieren. GitHub Desktop, GitKraken. So, welche Virtualisierungssoftware möchte ich haben? VirtualBox, GnomeBoxes, WordManager, Unbox oder Genymotion. Schön, dass auch hier wirklich alle Alternativen angeboten wird. Brauchen tun wir natürlich jetzt in der virtuellen Maschine erstmal nichts von dem. Und was haben wir sonst noch für andere Software? Da gibt es einmal den Conky Systemmonitor. Den können wir auf jeden Fall aktivieren. Ein Wallpaper Changer brauchen wir jetzt hier nicht. Aber auch schön, dass das gleich mit angeboten wird. So, jetzt wird das Ganze noch abgefragt. Das Passwort, damit alles das, was ich jetzt ausgewählt habe, auch installiert werden kann. So, einige Sachen sind bereits schon installiert. Viele Sachen, die quasi als Abhängigkeiten dann notwendig sind. Und das sagte mir dann auch, dass das alles bereits schon aktuell ist und quasi nicht mehr aktualisiert werden braucht. Und hier fragt er mich dann für Chrome, welchen Anbieter ich denn haben möchte. Und ich sage einfach die 1, das ist die Voreinstellung. Und wir belassen das bei den Voreinstellungen auch hier. Und dann, ja, nochmal fast 1 Gigabyte oben drauf. Und möchtest du den Setup Assistenten nun löschen, weil jetzt haben wir es ja alles durchlaufen und installiert. Dann kann ich einfach auch sagen, ja. Und dann wird dieser auch entfernt. Und übernehmen. Perfekt. Und damit sind wir auch durch mit dem Assistenten. So, sehr schön finde ich diese Welcome-App. Und was mir schon gleich zu Beginn aufgefallen ist, sobald sich ein Fenster öffnet oder ein Fenster im Vordergrund ist, dann blört der Hintergrund, blört der so aus. Der wird dann so, ja, unscharf. Und das, finde ich, ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Idee. Wenn ich jetzt auf das Hintergrundbild dort draufklicke, dann wird das auch wieder scharf. Und sobald ich ein Fenster in den Vordergrund hole, wird das Ganze, wird der Hintergrund unscharf. Das ist sehr, sehr angenehm, auch für die Augen, finde ich. Sehr, sehr schön gemacht, dass man hier wirklich die Konzentration immer auf das vordere Fenster hat. So, was haben wir denn hier in diesem Willkommens-Screen noch so? So, einmal den Assistenten, den hatten wir gerade. Dann gibt es noch einen Settings-Manager. Hier werden wahrscheinlich dann so allgemeine Einstellungen, Systemeinstellungen nochmal angeboten. Sprachpakete kann ich hier noch nachinstallieren, Benutzerkonten angeben und vieles mehr. So, was haben wir noch? Es gibt hier einen Punkt Garut Gamer. Und auch das ist quasi ein kleines, eigenes, von den Garut Machern erstelltes Tool mit der kompletten Auflistung sämtlicher, ja, Gaming-related Anwendungen. Also alles, was mit Gaming in irgendeiner Weise zu tun hat. Und guck mal, was wir hier sonst noch so haben. Es gibt hier einen Netzwerk-Assistenten, das interessiert mich mal. Ich will mal reinschauen. Ja, super, hier kann ich dann alles aktivieren und deaktivieren, was ich so brauche. Wie zum Beispiel das WLAN-Modul kann ich hier ein- und ausstellen, Wake-on-Laden, wenn es die Hardware zulässt. Ich kann auch einen Wi-Fi-Hotspot selber erstellen. So, dann Bluetooth steht jetzt hier, ist nicht verfügbar, weil ich ja auch kein Bluetooth-Modul jetzt eingebaut habe als in dieser virtuellen Maschine. Und hier kommen dann noch diverse Treiber noch dazu, falls welche gebraucht werden. Wie zum Beispiel werden hier dann auch die NVIDIA-Treiber mit angezeigt. So, bei den Boot-Optionen kann ich hier direkt Einfluss auf das Grub-Menü nehmen. Das heißt, ich kann hier schon direkt die Kernel-Parameter auch anpassen oder die Start-Parameter direkt im Grub. So, unter dem Punkt Extra gibt es dann noch einen Partitions-Manager. Bei Add and Remove Software wird standardgemäß dann Parmak geöffnet, beziehungsweise das Software-Center, das ihr zu Beginn auch ausgewählt habt. Hier unter Kategorien kann ich einfach neue Sachen installieren und auch deinstallieren. So, bei System Cleaner handelt es sich hierbei um Stacer. Stacer ist ein hervorragendes Monitoring- und Cleaning-Programm, wo ich auch mal schauen kann, wie viel RAM-Speicher gerade verbraucht wird, wie die Festplatten-Auslastung ist oder auch die CPU. Und hier werden mir dann auch noch mal ein paar wichtige Sachen angezeigt. So, wir beenden das Ganze und schließen hier oben noch mal, damit sich das Fenster hier wieder öffnet. Und hier gibt es noch den Quick Access und das ist das kleine Tool Quick Access. Mit Quick Access habe ich tatsächlich einen schnellen Zugriff auf zum Beispiel das Screenshot-Tool. Also im Recorder kann ich einen Screenshot erstellen. Ich kann hier schnell laut und leise schalten und sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher. Und falls der Bildschirm das hergibt, bei Laptops zum Beispiel, kann ich hier das Ganze, die Helligkeit einschalten. Und das war jetzt auch erstmal der Willkommens-Bildschirm. Also hier gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Unter Links habe ich dann auch noch mal die ganz wichtigen Links zur Webseite, zur Wiki-Page und auch zum Forum hier. Und das Forum ist sehr, sehr zu empfehlen. Gut, kommen wir kurz zur Oberfläche. Also vom Design her ist das natürlich sehr, sehr ansprechend für Gamer. Anders als das klassische KDE-Plasma befindet sich hier nicht etwa die KDE-Standardleiste unten, sondern die wurde komplett entfernt und durch das Latte-Doc ersetzt. Wir können ja mal schauen. Jawohl. Ja, das ist also das Latte-Doc. Das lässt sich online ganz normal herunterladen, genauso wie hier unten. Auch hier handelt es sich bei um ein Latte-Doc. Ja, so eine Art Quick-Launcher, wo man dann seine Lieblingsprogramme dann einfach herziehen kann. Und dann kann man entsprechend schnell drauf zugreifen. So, ansonsten sind hier, ja, sämtliche Anwendungen dann schon vorinstalliert. Einige haben wir eben nachinstalliert, wie zum Beispiel den App-Image-Launcher. Büroprogramme sind nicht allzu viele aktuell drin. CarMail haben wir eben nachinstalliert. Und wir werfen noch mal einen kleinen Blick in die Systemeinstellungen. Hier sind die ganz normalen KDE-Einstellungen. Und hier kann ich mich, ja, einstellungstechnisch komplett austoben. Sowohl vom Erscheinungsbild bis hin auch zu persönlichen Informationen, Netzwerkeinstellungen, Audio, Drucken und so weiter und so fort. Wir hatten uns ja vorhin ein paar Garut-Wallpaper noch zusätzlich heruntergeladen. Und mit Rechtsklick und auf Arbeitsflächeneinstellungen, hier oben Arbeitsfläche und Hintergrundbild einrichten, habe ich die Möglichkeit, das Hintergrundbild zu ändern. Allerdings, hier in der virtuellen Maschine, funktioniert das aus irgendwelchen Gründen nicht. Allerdings mache ich natürlich nicht Garut Linux dafür verantwortlich, denn auf der Webseite haben sie ja auch selbst angegeben, dass die Installation in eine virtuelle Maschine zu Fehlern führen kann. So, nichtsdestotrotz habe ich den Wallpaper-Ordner einfach direkt geöffnet und dann schauen wir mal nach, welche wunderschönen Wallpaper denn Garut Linux denn so mitliefert. Sehr schön finde ich dieses Bild. Das ist ja noch gar nicht so alt, das kenne ich noch gar nicht. Das scheint ziemlich neu zu sein. Also das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr schönes Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann auch hier dieses, ja, wunderschöne Kunstwerk mit diesen, ja, Würfeln oder Tesserakten, wie man das auch so schön sagt. Also hier ist wirklich für jeden Geschmack auch was dabei. Hier gibt es auch spezielle Wallpaper zu den jeweiligen Desktop-Umgebungen und Fenstermanager. Hier zum Beispiel BSPWM und hier auch mit dem Garut-Logo und auch dem BSPWM-Logo. Alles quasi miteinander vereint. Sehr schön ist auch Darkwing. Die meisten dieser Bilder sind tatsächlich auch von der Community bereitgestellt, die dann quasi den Entwicklern vorgestellt werden und diese entscheiden dann das Ganze einfach hier mit aufzunehmen und auch nicht. Und hier haben wir noch einige Greifvögel, die ja auch das Logo sind. In den Wallpaper-Einstellungen hier nachher, was ja jetzt hier nicht angezeigt wird, ich weiß es aber wie gesagt dadurch, dass ich das Ganze auf einer richtigen Maschine schon installiert habe, hier kann ich dann zum Beispiel auch den Grad der Blurriness quasi einstellen, also dieses, des Verwaschens oder ob überhaupt das Ganze verwaschen werden soll. Des Weiteren kann ich auch sagen, bei einem Multi-Monitor-System, also wenn ich mehrere Displays habe, kann ich für jeden Monitor ein eigenes Hintergrundbild einstellen. Ja, alles in allem ist Garut Linux wirklich eines der optisch auch schönsten Betriebssysteme, die es so gibt. Alles so schön im Cyberpunk-Style, sage ich mal. Und ja, es ist natürlich eine Geschmackssache, aber hier sollen natürlich Gamer angesprochen werden, die eben auch mit ihren Gaming-Rigs durchaus auch ihren Bildschirm aufnehmen oder vielleicht sogar mit ihren gesamten Rigs irgendwo auf eine, ja, Gamer-Party gehen oder zu einem Gaming-Contest. Und da soll natürlich der Desktop auch wunderschön gestaltet sein. Alles in allem. Ich kann dir durchaus empfehlen, das Ganze mal zu installieren. Auch ich habe das Ganze drei Monate, über drei Monate getestet auf meiner richtigen Produktivmaschine. Ja, wie du vielleicht auch dann jetzt bei der kleinen Einführung mitbekommen hast, ist es auch gar nicht notwendig, sich mit irgendwelchen Konsolenbefehlen auszukennen. Denn auch wenn hier ein Arch Linux draufläuft, ich kann alles Mögliche installieren und konfigurieren, ohne dass ich zwangsläufig die Konsole öffnen muss und hier irgendwelche Befehle eintippen muss. In diesem Sinne, schreib mir doch ruhig unten in die Kommentare mal rein, was du von einem solchen Gaming-Rig hältst, von einer Gaming-Distribution. Hast du selber vielleicht schon Erfahrung mit Garut Linux gemacht? Oder hast du vielleicht sogar vor, Garut Linux irgendwo hin mal zu installieren? Lass es mich ruhig wissen unten in den Kommentaren. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020